Guck, da liegt doch. Ja, gut zu sehen. Gott sei Dank. Also hab ich auf Fleisch Oberbach gesoffen. Wobei wollt ihr doch nicht in mein Zimmer? Nee. Ach so? Nee, nee. Ihr habt doch gesagt, kommt rein und macht die Tür zu. Das hast du gesagt. Ich hab hier noch die Tür zu verstanden. Ja, da hab ich das andere genuschelt. Ja, aber im Halbschlaf könnte es passieren. Ja. Na gut. Es wird halt nicht reinkommen. Ich weiß nicht, das ist alles ein bisschen dröge. Ich bin vorbei mit dem Lash. Dusch dich auf, finde ich gut. Morgen. Morgen. Moin Moin. Moin Moin. Oh. Oh mein Gott. Ich hab' den Bock um mal die Anlage ab. Auf. Buh. Ich hab' meinen Urlaub.